Hallo Leute und willkommen zum 14. Töhrchen des Minecraft PvP Advents Kalenders mit mir dem Flory und dem Thorben und Laura und Severanos sind auch noch in der Runde aber wir haben auf dem TS gemutet also wenn ihr mit uns spielen wollt einfach auf den TS gehen IP ist hier seht ihr bei mir jetzt im Chat das ist die IP die eingeben müsst, kein Passwort oder ähnliches dann kommt einfach drauf, setzt euch in der Laberecke, stupst uns an wenn wir gerade in unseren Aufnahmeräumen sind, weil dann nehmen wir logischerweise auf ihr werdet bald uns nicht mehr anstupsen können in unserer Lobby beziehungsweise echt? ja, ne? ja, und jetzt bist du alter, mich hat jemand geboten ey Laura, du bist jetzt nicht tot, du bist nicht tot, oder? pfuch ey Laura ist nicht tot das spricht nicht mehr mit mir ich hab Pufi ich hab Pufi Pufi Alter, klar, jetzt hat dich verpisst, dieser ey Laura, wach auf, ich muss den tottrucken du musst ihn essen stimmt, so hat man noch ein extra essen nein, das vergiftet sich auf deinem Herz boah, Torben, Alter ernsthaft? ja, natürlich, Kugelfisch vergiftet einen, aber bei den Herzen nicht Hunger äh, ja, sicher, aber dann bist du mit einem Schlag tot nee, aber für den Floh ach so aber du regenerierst äh, aber du bist mit, der vergiftet dich irgendwie für eine Minute oder so ich hab den ja schon mal gegessen ja, wirklich oder noch länger und dann war ich mit einem Schlag tot irgendwann ich bin die ganze Zeit jetzt erst mal wie lange hast du Vergiftung? siehste? wo ist sie? ey, was soll das? äh, Alter, wir gehen uns erst mal aus dem Weg ich hab sie, ich hab sie nein, wir gehen uns doch nicht erst mal aus dem Weg wo ist sie? sie war hier grad komm herunter nein nein ich hab hier grad noch Laura gesehen huch ey, Torben ja, Torben, wir gehen uns nicht aus dem Weg ja, aber du sollst ja Laura ja, und? das lass ich doch nicht zu dass du noch mehr Sachen tust Cheetah Ecker wow 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 und ich spring einfach auf den Weg ey, ich lach dir zu Tobis Enderfell, komm hierüber hin ich lach dir zu scheiße, sehr schön nein, ich schlag ihn einfach auf den Weg ja, nein ich bin tot ja, das kann nicht wahr sein okay, Leute na gut, das war's dann äh, nein, du musst uns doch ahaha ey, nein, der legt, der legt ah, steil oh bin ich hier nein, nein ja, bitte stirb ja oh ich hab auf diese eine Enderperle vertraut und zum Glück kam die noch rechtzeitig boah, ich hoffe alle hier sterbt eines Elendes den Elendesten ist tot gibt's nicht das verdient mein, scheiß Enderperlen haben nicht funktioniert okay, Leute ähm, dann lasst uns mal ein bisschen äh, schreibt einfach ha ha läuft bei ihm Luftpanzer wie hier die Türen nur noch halb stehen okay, ich verhalte mich jetzt erstmal ein bisschen defensiv ja du möchtest nicht wissen, wie viele Enderperlen ich noch hab oh guck dir das guck dir GLPs Eingang an GLPs was? GLPs Eingang vor seinem Haus da ist kein Eingang richtig wow ich find's ja richtig geil, wie die Türen nur noch halb sind alter, Tobi killt hier einen nach dem anderen na la 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 oh oh, Flo, du bist der erste, der von uns hier gestorben ist ja, ich weiß, meine Enderperlen hatten auch noch sorry, wenn man mich jetzt noch wow mach doch nicht mal da, das ist das arme Schock kaputt oh, Tor, man, Goldapfel gefressen oh, Laura ja, genau vor der Türen, die beiden, der ist da hä, wer ist der Verrattung von Laura okay, lass dich mal boxen okay, lass komm, ich weiß, die sind bei Mr. Moore, komm mit ja, okay, wir machen zwei äh, wir machen zwei, wir müssen zwei gleich jetzt erstmal Team und alle gegen diesen Tim ich weiß, die sind bei Mr. Moore warte, einer ist Arena ja, ja, aber das ist keiner von uns das ist der Käpt'n Tim ja, den wollen wir ja zuerst killen, Torben komm, den killen wir jetzt eben ja, okay wir müssen... Schneeball wir müssen, warte hey, wo ist denn? wenn nicht, dann nicht ja, dann halt nicht so, hier okay, dann gehen wir oh, Torben rennt Was? Ich bin da... Ich hab da leicht... Wo ist der? Oh. Pass auf, pass auf! Oh! Okay. Wir müssen irgendwie an den Rand kommen. Das ist voll der Sandwich. Ihr müsst beide gleichzeitig Dings werfen. Oh! Krass! Oder nee! Komm, drauf Torben, drauf. Beide gleichzeitig. Okay, los! Egal, du kommst perfekt hinter dem. Hä? Ach, da bist du. Ihr müsst, einer muss Schneeball werfen, der andere Enderperle. Oh ja! Ich hab die Wand hinter ihm kaputt. Jetzt drauf! Nein! Wie trifft er mich jedes Mal? Ruhig! Nicht raus! Hä? Oh, sorry! Pass auf, nicht boxen! Ich hab minimal wenig Enderperlen. Ich muss das anmerken. Wuh! Ich bin tot. Ne, doch nicht. Hi! Wuhu! Lass mich, lass mich, lass mich. Hey, wenn ihr jetzt noch gegen... Leute, wir müssen uns gleich hier in der Arena betteln, ne? Hey, guck mal an, wie der sich positioniert, Alter! Du hast gegen den keine Schnitte! Ja, besonders weil ich so viele Enderperlen noch habe. Ja, ich auch! Ich kann hier immer noch kämpfen, ey. Ey, äh, äh, Laura, komm mal bitte in die Arena und killt ihn. Achtung, Achtung, Achtung! Da! LOL! Alter! Schneeballe, Schneeballe, Schneeballe! Ich hatte keine mehr. Ja! GG! Nein, der liegt doch! Nein, der liegt doch! Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Ich kann nichts machen, Tom, ich... Ich hab gar keine Enderperle mehr. Wo bist du denn? Da ist der! Da ist der! Nice! Der ist oben, oben am Zaun! Der ist oben, oben am Zaun! Schneeball, Schneeball, Schneeball! Schnell! Nein! Tschüss! Der kommt nicht mehr! Da kommt, Alter! Sehr schön, du hast ihn. Okay, komm hoch! Äh, Laura, komm bitte! Nein, Torben, ich kann nicht mehr hoch! Ich hab keine Enderperlen mehr! Psch, psch, psch! Oh! Laura! Äh, Torben, komm her! Komm her! Wir machen 2 vs. 2! Gut! Okay, stell dich zu mir, Torben! Hast du gut gemacht! Jaja, bleib hier bei mir! Ähm, hier, Laura kommt in die Arena! Also, komm zur Arena! Laura, und Severanov, kommt hier! Kommt bitte in die Arena! Ja! Und Torben, du bleibst hier bitte bei mir! Genau in mir stehen! Damit ich dich gleich perfekt schlagen kann! Doch, Laura! Wir wollen 2 vs. 2 machen! Okay, sonst! Laura! Ich komm hier nicht mehr aus der Arena raus! Komm schon, Laura! Ey, Torben! Kannst du mich hier mal... Komm mal bitte! Komm mal bitte zu mir! Ja! Probier mich mal hier hochzubacken! Mit der Angel! Ich hoffe mal, die sterbe ich dann nicht! Sehr gut! Ja, okay! Kriegst du es hin? Ach ja, stimmt! Ich kann mich ja selbst boosten! Au! Hab ich jetzt die Fackel zerstört? Geil, ich hab ne Fackel zerstört! Lol! Ha! Hast du verdient, Laura! Du wolltest nicht kommen! Wenn ich hören will, muss ich fühlen! Severandoff ist auf sich allein gestellt! Nein, wir machen kein Team mehr gleich! Sobald ich hier raus bin! Jetzt darf Laura es weg hinten! Ey, Laura! Bist du runtergesprungen? Leute, Alter! Das ist so spannend! Oh! Werde ich es schaffen? Mit die... Was? Ja! Okay, was sagt sie? Wie ist sie gestorben? Au! Nein! Hahaha! Nicht so ähnlich ernst! Ha! Hä, wie ist sie gestorben? Die hat nen Trick versucht und ist dabei entscheidend gescheitert oder so! Echt jetzt? Ja! Nee, ich meinte eigentlich hier meine Situation! Die ist von ner Plattform gesprungen und hat Enderperle hochgeworfen! Nur hat die Enderperle nicht getroffen! He! So Leute! Skillmaster Tobi! Da! 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 Ich wusste es! Ich wusste es! Wie soll ich denn hier jetzt noch hoch? Thorben, ich hab dir doch geschrieben! Du bist richtig, du Spacko! Oh! Lol, hab ich nicht gelesen! Ähm! War da sogar noch so assi und hat dir das geschrieben, ey! Ah! Ah! Ich seh sie waren aufs Namen! Oh! Er ist runter! Oh! Und da fliegen die Enderperlen! Da ist er besser! Wir machen kein Team mehr! Oh! Scheiße! Lol! Wie so ne Schwarzgarn... Wo ist denn der Tobi? Ah! Ja, ich hab Standbild, Thorben! Stopp! Ich hab Standbild! Ich hab Standbild! Ich hab Standbild! Ich hab Standbild! Ich hab definitiv Standbild! Ja! Ich will in den Turm rein! Und jetzt will ich da irgendwo in die Ecke schlagen, weil ich vermute, dass du da bist! Ja, genau! Jetzt komm! Mach die Wand kaputt! Danke! Du bist so dumm! Warum gehst du nochmal hier lang? Ja, weil ich nirgendwo rauskomme! Ja, dann geh doch in die Lava! Hey, wo bist du? Nyauuu! Von wegen, der hat keine Enderperlen mehr! Ja, der hat aber noch wenig! Hä, du bist bei mir... Hä? Wie hast du das gemacht? Du bist bei mir neben dem Zaun gelaufen! Du hast Hacks! Du hast Hacks! Ja, würd ich auch sagen, ne? Oh, ey! Ich seh selber ran! Ich seh selber ran! Ich hab Speedhack! Ja, Speedhack auch! Laura steht bei selber ran! Ja, Speedhack auch! Ja! Perfekt! Rein da! Rein da! Rein da! Mit dem Stock, Alter! Wie kommen die hier? Ey, sicher! Ich musste den einfach wieder reinboxen! Wuuu! Das hab ich überlebt! Hahahaha! Du schiebst einfach Stäbele rein! Alter! Alter! Hier! Der Torben extremst Rückstoß bekommt, ey! Ja, Torben hat voll die Hacks, ne? Hä? Ja klar, und jetzt klebt er eine Liane, dass du gar keinen Rückstoß bekommst! Alter! Nein! Ja! Ich bin einfach komplett durch die Arena gefallen, Leute. Was ist denn da los? Macht euch das Ganze nicht so sch... So wie. Hä, WTF? Guckt euch das mal an, Leute. Äh, Tom, guck mal, geh mal beide in die Arena und mach da das Endbattle. Flo, ja, okay, äh, Laura, hier, guck mal, rechts neben dir, dieses fette Loch. Ich bin einfach geradeaus runtergefallen, voll da drauf, und alles bricht unter mir ein. Richtig mies. Tun wir jetzt den Severan auf. Weil, guck mal, Flo, Flo, der Torben hat mich hier durchgeschleudert, ne? Guck mal, hier, da, wo das fette Loch ist, und dann hier runter. Einmal voll gegen die Wand und dann gerade runter. Richtig behindert. Und ich hätte den Torben beinahe hier reingehauen. Alter, aber wie der mir extremst Zurückstoß gegeben hat. Ich bin einmal hier gegen die Säule geklötscht. Torben, bist du hässlich, dass du den nicht siehst? Kalt, 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 kalt. Kalt, 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 kalt. Richtig heiß, richtig heiß. Ja, stimmt, da ist Saber, ne? Alter, Torben. Ich dachte, er hat ihn gesehen. Severan, ob du bist tot. Das kann ich dir jetzt schon mal verraten. Weil der Torben nicht gesehen hat. Alter, guck mal, der Torben hat ja alles kaputt gekriegt. Wo ist er? Mit mir. Ach, du, die Saber. So, sei ruhig. Ich meinte eigentlich für Torben. Los, ja, ruhig. Oh, Severan, ob ich muss echt... Scheiße, ich bin richtig down. Oh, komm, Alter, jetzt kannst du mich gerade so absnacken, komm. Voll am Locken, ey. Alter, scheiße, komm. Boah, jetzt kannst du mich voll so absnacken. Ah, Junge, ich kann nicht essen. Stammwild. Das geht immer in meinen Mund ab, es kommt wieder raus. Bah. Ah, du kannst mich absnacken. Kommst du mich absnacken. Du wirst ihn locker kriegen, der Torben kann gar nichts. Du kannst mich absnacken, jetzt. Moment, jetzt. Alter, ich kann nicht essen. Du kriegst ihn eh, der will... Nein. Dafür brauchst du echt ne Enderperle. Okay. Torben, renn ihm bitte nach. Sonst... Nein, ich kann nicht essen, ich hab Stammwild. Mann, alter Torben zögert jetzt wieder alles raus. Ja, alles ist ein Stamm, Torben. Ja, deine Mutter hat Stammwild. Ja. Ich hab Stammwild des Todes, Junge. Ich kann nichts machen. Gut, dass du nicht vom Stegfelsdurm dabei bei deinem Stand bist. Wo ist denn der Sebrano? Der ist bei Delay. Bei Delay? Ja. Okay, ich fähre da mal hin. Er hat sich erst mal die Rüstung ausgezogen. Torben, du weißt, dass du ihn auch mit Schneebellen darunter kicken kannst oder mit Nachbarn. Ich weiß, aber ich hab keine Schneebellen. Du weißt schon, dass du noch Enderperlen hast. Ja, aber die will ich jetzt... Hier kann man sich eh nicht mehr retten, meine ich, aber... Tati, schreib dir einmal was. Hey, LOL! Boah, Torben, du siehst den nicht. Mann. Sicher hab ich den gesehen, aber ich wollte mich, äh, ich war auf einer viel schlechteren Position. Er hat sich zu mir geportet. Ey, Sivaranov, komm, jetzt beendet das mal. Ich möchte noch eine zweite Folge dranhängen. Also, zweite Folge hier von Aura. Das Battle auf den Steg. Komm, hängt euch... Hältet euch auf den Steg, das ist fair. Ja, oder... Sivaranov, battle dich. Äh, wo ist er? Die zweite dauert zu lange. Oh, ich hab ich überhaupt nicht gesehen, du bist da so gut getan. Alter, jetzt macht... Torben, jetzt stell dich auch da rein, da bettet euch da in den Kisten drin. Lol, wie kannst du ihn da durchtreffen? Wenn der mich da reinlässt... Sivaranov, lass ihn kurz rein, Sivaranov, lass ihn kurz rein. Der lässt mich eben rein. Sivaranov, bleib stehen, Alter, jetzt rennt nicht weg, bitte. Ich brauch nur... Oh, Battle des Todes, Alter. Ja, ich merk schon. Mein Gott, warum rennst du denn weg? Achso, er will auch reden. Es geht um Leben und Tod. Da hast du mich vorhin durchgeschlagen, Torben, und dann guck mal da links. Da bin ich durchgefallen. Vom Super Saiyajin. Und der ist tot. Warum wetten wir? Sag ich doch. Was machst du denn, Severanov? Lol. Bist du tot? So ne fällt eigentlich einfach nochmal. Tot. Oh, close, close. Man, GG. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Alter, das ist nur noch zu lange tot. Das ist jetzt schon irgendwie 15 Minuten, ne? Ja, und? Ich wollte ne längere. Okay, dann nicht. Ex. Jetzt haben die sich schon alle gefreut. Okay, Leute. Dann muss ich euch jetzt enttäuschen wegen Torben und Druck. Schreibt alle Torben... Torben, verdirbt Aufnahmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Törchen, beim nächsten Video. Wenn euch das gefallen hat, dann liked dieses Video doch bitte. Und abonniert uns, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns. Tschüss. Zehn Tage bis Heiliger Abend, ne? Ja. Ich hoffe, ihr habt ne schöne Weihnachtszeit. Tschüss.